KONTAKZUHRTAK So, schon war jetzt schon. Fühlst du schon? Ja. Nicht 3D, so einmal umgesprungen. Buh, du, 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 du... Bruder, mach doch eine Runde rumgesprungen. Zweiter Vlog. Handy weg, Bruder. Was ist los, Bruder? Bruder, was machen wir gerade? Bruder, wir sind hier jetzt gerade in halb 1, direkt beim Mutantik, beim Parkgraf, meine Freunde. Und jetzt recht, wir gehen jetzt zu unseren Autos und fahren einfach los. Und wisst ihr, was wir suchen? Wir fahren jetzt gleich zum Mainfest hier. Heute brauchen wir uns ein ganz, ganzes Fest hier. Digga, eigentlich hab ich gar getrunken auf das ist verfickter Mainfest. Und wir werden ein Boxauto fahren, meine Freunde. Okay, okay. Ali! Warum hast du gerade bei Automatic mit deinem Geld bezahlt? Oh, ich hab kein Geld mit 3 Uhr. Mach mal. Das ist mein neues Gerät. Warte. Mach mal los. Mach doch nicht. Abi? Wie ist das eigentlich kein Schwanz zu haben? Abi? Hebe mal mein Handy kurz. Warte kurz. Warte kurz. Brauchen wir mal ein Auto, wir wissen, dass die Kippen gut sind. Unbezahlzeit mit deinem Geld direkt. Guck mal, dieser Junge, der hat seine Ehre verloren. Einfach an. Tinder. Hashtag Bremen. Der Vater. Hashtag Passau. Hashtag Deutschland. Ey, ich bin alleine vorne gegangen. Ey. Ich rauche nicht. Ich sit vorne. So. Scheiß Ausländer. Hier. Scheiß Ausländer. Zwei Ausländer. Mach mal bitte weiter, mach weiter. Scheiß Ausländer. Die hier kämpfen. Ach so. Ja, warte kurz. Ja, warte kurz. Scheiß Ausländer. Oh, mein Bein. Sei du. Sei du Scheiß. Kamelager. Die sind da. Die sind da. Die sind da. Die sind da. Ich wusste es. Du rauchst, gell? Nein, ich rauche nicht. Ah nee. Okay, das war's Leute. Zwei. Gib ihn. Bis.